Womit mehr, ich krieg jetzt in die Smoke rein. Na dann, du bist deutsch? Ich bin deutsch, ja. Ah, es ist schon wieder... ...grenzwertig, sehr schön. Ja, ich sag's ja, gegen den hab ich die Aufwärmphase gemacht. Der drückt, ist fischig. Einer ist irgendwie auf dem, wir wandeln. Einer ist lang durch, einer ist lang zurück. Schön, Cheater down. Letzter ist lang. Schön, ich bin deutsch, ich kann fliegen. Ich glaub ich immer so ein bisschen auf Cheater down spielen. Ich bin auch deutsch und Meldenwurm. Ja, top. Ich bin Jerry Smith von der Erde. Pluto ist ein Planet. Ah, das stimmt auch, ja. Heute, ich hab eben noch ne Folge davon gesehen. Cheater down. Oh, Cheater down, das ist eigentlich so der beste... Äh, long, long. Na hoi. Ja, ja. Ich hab auch grad ne Eben von ner Bratwurst. Einfach, äh, ja. Beide CT, einer Ram. Ja, was machen die, ey? Ja, aber hier ist immer noch... Der Typ hat nicht mal in meine Richtung gesehen, als er mich geholt hat. Der Typ hat mich nicht mal angeschaut. Meinst du danach, kannst du für nix mehr garantieren, oder? Ja. Auch nicht für nen schönen Meldenwurm. Mann, Digga, die Typen drücken so fast richtig komisch. Eckehaft. Ja, du hast Cheater down. Ja, aber danke, dass ich's nochmal sagst, weil ich gerade richtig drin bin und äh... Ich hab deine Waffe auch schon. Willst du deine Waffen wieder haben? Ja, gerne. Danke. Mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Push! Direkt weggelösen. Der nicht anhat, ne? Bin ich ein Meldenwurm. Das ist so typisch für Cheater. Ja, selbst wenn ich... Wenn ich am Smurfen bin. Ja, genau. Äh, Long hat unhit. Mein Global Elite wär ja normalerweise schon so ein Mann. Ja! Ich hab mir ja schon so aufpasst... Hahaha. Also jetzt haben sie sich ja auch gedacht, ich krieg auf alle Sachen... Aber er hat, er hat schon Fokus auf dich gehabt. Er hat Fokus auf dich gehabt, bevor er dich gesehen hat. Wer alle, die das jetzt auf YouTube sehen. Solche Leute kriegen wir nur rein, Gefühlen. Da soll nochmal einmal so... Einer, ein einziger, soll nochmal sagen, auf Prime würde ja keiner hack. Ich hab's traurigerweise schon von sehr vielen wiederhört. So Leute kriegen... Wir kriegen neun von zehn Matches, die mir solche Typen rein, die so drücken... Das ist nicht mal übertrieben. Deswegen hab ich hier auch aufgehört, das zu zocken. Ein Zeit lang. Komm! Womit mehr, ich krieg jetzt in die Smoke rein? Okay, der Typ hat an. Die Typen sind aber lustig. Alter Fader. Ich glaub... Erstmal ernsthaft, ich glaub das sind somit die dreistesten Cheater, die wir jemals drin hatten. Wir haben zwei Leute drin, die auf Obvious Basis rein schallern. Wir haben zwei Leute drin, die gerne auf Obvious Basis rein schallern. Aber wir hatten noch niemanden, wenn ich mich in die Smoke stelle... Ohne irgendeine Sound Queue, der mich dann wegfeiert. Und dich. Na dann... Ähm... Schaut auf meinem Twitch vorbei, schaut auf meinen anderen Socials vorbei. Geist! Prisma 2. Na dann Leute, bis dahin. Ciao! Mit dir haben! Ja warum nicht? Na dann... Vielen Dank.